Tobias und Matthias, herzlich willkommen zu dem Schiri-Schätz-Duell. Wie viele Platzverweise wurden von den Unparteiischen der Fußball-Bundesliga in der Saison 21-22 insgesamt erteilt? Nicht abgucken. Gar nicht so schlecht, es waren 25, d.h. Tobias geht mit 1 zu 0 in Führung. Wie viele Spiele aller Ligen wurden in der vergangenen Saison 21-22 offiziell durchgeführt unter dem DFB als Dachverband? Ich muss ja warten, was er schreibt. Es waren tatsächlich 1,2 Millionen. Das heißt aber, dass Tobias das 2 zu 0 erzielt mit 29.000. Sehr gut. Wie viel kostete der Bau des teuersten Stadions in Deutschland? Tobias, bitte gib mir eine Chance. Hier 401 Millionen und 670 Millionen. Es sind 340 Millionen die Allianz Arena. Ach nee, jetzt komm, ey. Das ist das 3 zu 0 für Tobias. Jetzt sind wir durch, oder? Scheiße. Bis zum Ende gekämpft. 0,3. Zwei Ehrentreffer kannst du noch erzielen. Es gibt zwar kein Rückspiel, aber trotzdem. Es geht um die Ehre. Wie viele Unternehmen findet man auf dasörtliche.de? Oh. 10.000 sind sich da, 13.000. Es sind 3,3 Millionen gewerbliche Einträge. Der erste Punkt hier. Aber wie deutlich? Wie viel Bier wird schon mal an einem heißen Spieltag der Bundesliga in einem Stadion mit 40.000 Fans getrunken? In Lita, bitte. Es sind 30.000 Liter, das heißt 4 zu 1 für Tobias. Schätzen ist nicht meins, würde ich sagen. Wissen ist seins. Wissen ist meins. Raten bist du der König, aber ich bin... Schade. Peinlich. Schade. Schade. Glückwunsch. Kopf hoch. Ja. Wer jetzt?